Nur ganz kurz jetzt, hier ist euer TG vom Kanal durchgespielt. Ihr seht eine Runde live und unzensiert, und zwar den Ertourischen-Modus von Titanfall. Die Beta ist ja heute Nacht leider geendet. Ihr hört im Hintergrund den Ilakuli aus meinem Clan, beziehungsweise auch den Figol von den Sons und einige andere, die auf dem TS waren. Viel Spaß! User joined your channel. Hi! Was ist denn jetzt los? Hallo Top Spin! Ja, was denn? Haben die die Ohren geklingelt, oder was? Wieso? Du hast mir die auch Titanfall gerade gekriegt, mal gucken. Der spielt ja gar nicht. Ja? Jetzt kommt er. Ich wollte dich gerade einladen. Bist du schon durch mit Tutorials, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Also ich habe es noch nicht gespielt. Ach so, okay. Du musst das Tutorials aber nicht unbedingt spielen, also. Aber praktisch, dass du den Stream bei Facebook gepostet hast. Ja, ne? Dann dachte ich dann auch. Das waren auch meine Gedanken. Oh, ja natürlich alle verlinkt, mit denen er gerade spielt. Das war's. Das war's. Was für ein Dreck, das ist toll. Fallschaden existiert hier auch nicht mehr. Für die Unbeschneid. Wie läuft denn diese kurzen... ...Dinger da am Arsch? Mit dieser Pistol ab, mit dieser Smart Pistol Na, war ja klar, einer muss mich ja kriegen von den vielen Wo ist er? Nein Nein Weil die Grafik ist gar nicht mal so gut Du warst auf den ersten Blick Echt nicht? Ich für die Vorgabe Also nicht so schön wie Battlefield natürlich, aber ich finde die voll gut Also knackig scharf zumindest Oh, diese Pistol Das ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht, wenn man, wenn man das schafft Dass die Grafik mindestens einigermaßen was aussieht, aber auch mal auf schlechteren Systemen läuft Dass man nicht immer so ein High End PC braucht, dass es gut aussieht Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt mal Story, dann dort ich euch mal Könnt ihr mich nach der Runde auch wieder an Bord holen? Ich hab's rausgehauen Na klar Weiter online, endlich Ja, mein, der rennt schon rum hier Ja, ich setz mich jetzt erstmal mal rein, um's mir einfach mal anzuschauen Ja, ja, macht auch Spaß, so ist es nicht Das sind vier Titans auf einem Fleck Nein, natürlich Natürlich stopft mich einer kaputt Es ist so klar Weiße Zu spät, wir checkten Schade Hatte, hat mein Titan nicht ganz getroffen Eine Faust hink, bis es unspielbar Wie, der hat mich Nicht getroffen Von da hinten, was Was ist mein Titan überhaupt da hinten immer noch? Kommt voll im Arsch der Welt rum Na toll, falscher Waffe 1, 4 Sekunden 1 Sekunden Wir werden ja gerade richtig kaputt gemacht von den anderen. Und ich bin so gut. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Und ich bin tot. Scheiße. Das war eine echt gute Runde für mich. Ich bin noch im Titan. Ich versuche gerade da hinzukommen. Wo sind die alle? Ach, da hinten muss ich hin. Warte mal, ich nehm mich mal jemanden mit hier, bitte. Boah. TG-Lau. Keine Waffe? Trotzdem getötet. Weißt du, wie kommt man da hoch? Spring, doppelspringen. Ja, wir schaffen's. Ja. Und ich bin immer noch unten. Wir sind im Weltall. Ich hab excellent Navigation Skills. Ach so, wie du auch. Also, wenn er das zu dir gesagt hat, dann kann es nichts Besonderes sein. Ne, zu mir nicht, aber zu Figol. Jetzt hast du ganz schön Figol beleidigt. Also, top Spin. So kriegen wir den nie von den Zonen zu uns rüber. Und dann, wenn wir den Zonen zu uns rüber. Und dann, wenn wir den Zonen zu uns rüber. Und dann, wenn wir den Zonen zu uns rüber. Und dann, wenn wir den Zonen zu uns rüber.